wir machen morgen die heute sagt gegrüßt herzlich willkommen zu einer neuen runde außen oder construction simulator überlegt wir fangen zumindest noch mal neuen auftrag an ob es jetzt noch eine folge wird leicht wird schleifst du mäßig oder zwei sehen wir gleich kommt darauf an wie gut wir jetzt reinkommen den neuen auftrag und ob wir effektiv alle wieder anpacken bei diesem auftrag habe ich tatsächlich ein bisschen rumgeeiert nicht so richtig viel mit geholfen aber normal so jobs kampagne wir bleiben bei den präsenten haben jetzt gerade eben gesagt zwischen ihren folgen und wir nehmen jetzt platz gestaltung noch mal in der auto auto in der pkw wo haben wir den denn hier geparkt irgendwo ja das ist so den kaffee cup jetzt dann noch dann haben wir hier noch ein extra hammer aussteigen muss immer überlegen ob es g oder f ist beim aussteigen nummer 21 ich glaube wenn ich richtig habe das fortschritt schnell reise irgendwo noch einer ihr müsst gleich mal euer ganzes geld überweisen unbedingt so high up high typ hier diesmal mache ich aber nicht hier lange schnack mit ja dann werden wir nicht noch eine hammer ich muss jetzt erst mal die mission annehmen merkwürdigerweise hält mich nicht jeder in dieser stadt für ein merkwürdig dann tschüss auch wenn der bürgermeister in meiner ansicht der bürgermeister betonplatten 0 von 7 ok die dann schon dahin die sollen da drüben rein wahrscheinlich nicht diese auch so die sollen da wahrscheinlich raus und da rein wir brauchen ein kran ich wollte jetzt ein bisschen effektiv arbeiten hier so hier ist noch eine viel hammer sammelt ihr denn da jetzt bin ich schon weg warte bist du gern noch beim auto wahrscheinlich beim auto in der nähe ja warte ich arbeite mal ein bisschen damit ihr seid ja nicht so dafür zu haben ich habe gewollt es arbeiten er sollt schon erfüllt für heute sowas musstet ihr euch anhören gerd im match map von jenny und so dass ihr quatsch macht die ganze zeit mit erntemission dass wir überhaupt noch erne mission macht dass sie das nicht lohnt hat sie die ganze zeit hat sie doch hat sie ja das hat sie gesagt das stimmt eigentlich nicht mehr dass du bekommst 2 300 euro daraus naja da steht ja nicht wie viel verdienst da steht was zum problem pro minute verstehend da steht ja nicht dass 200 euro übrig bleiben oder nicht da steht ja nicht ganz unten bei den details genau da steht profit pro minute und generell kann man sagen sind natürlich klar drescher mission wirklich nicht das sinnigste ja genau es bleibt ein bisschen was übrig was man verkaufen kann und die mission bringt ja auch ein bisschen geld und ist natürlich immer noch besser als nichts zu machen das steht völlig außer frage aber insgesamt ja ist natürlich der verdienst bei silage mission deswegen macht holger das ja auch ganz viel wir machen es ja auch ganz viel oder generell bei silage auf grasfeldern damit machst du am meisten geld ist einfach so und klar aber wenn ihr jetzt so ich glaube ihr macht diese große roggen mission in der mitte wenn ich mich richtig im sinne und wenn ihr jetzt tatsächlich noch ein roggenfeld anpflanzt das ist ja schon erwartungsgemäß von so einem großen roggenfeld da wird schon ein bisschen was übrig bleiben ob das nachher 20.000 liter sind oder was auch immer oder 15.000 liter aber es ist schon mal ein bisschen was wenn man denn noch ein eigenes roggenfeld hat dann arbeitet man ja zumindest schon mal am roggen ziel und ist da auch nicht ganz so leicht ach ne warte ich muss erst zurücksetzen ist da auch nicht ganz so leicht einzuholen weil ihr müsst ja wahrscheinlich so ein bisschen auch gucken was machen jenny und die ja mit ihrem weizen kommen sie da zurecht oder nicht ich will noch mehr platten wegnehmen ach da hinten noch was was ist eigentlich kennzeichen fb weil die hier alle mit fb rumfahren also mal google auto kennzeichen fb malzeit ihr baumeister gerd klingt auch noch nicht ganz gesund das stimmt fucht schon bauer wer mag eigentlich solche kreis menüs kreis menüs ach so diese kreis menüs wenn ich auf erste f drück oder im weg wenn wir mal gucken was das neues gemacht werden gibt es tatsächlich müssen bräuchte die wetter au kreis keine anwurte es ist wenn ich schon mal die anderen geräte holen was war das nächstes alles brauchen bietberg bietberg keine schnecke meistens wie kann ich ja gewohnt hast du denn schon stream geguckt bei holger oder irgendwas hier bevor ist holger ja aber merkt er verzettelt sich so ein bisschen da war so ein bisschen nach dem druck machen wir jetzt eigentlich machen wir jetzt versuchen wir noch hafer machen wir keine aber ja ich glaube er hat nicht damit gerechnet dass mir direkt die ganzen früchte wo lang wo schnell wachsen doch 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 schon da war es ja auch er weiß ja auch welche früchte am schnellsten wachsen ich war ja kurz bei ihnen im team drüben ich weiß das hat es ja auch gehört und da eben auch gesagt dass wir das können wir ja auch das ist ja nicht nur gesagt das ist ja definitiv so wir haben relativ viel hektar land und wir könnten immer reagieren und wird sehen irgendwann pflanzen eine schnell wachsende frucht an also holger zum beispiel fängt mit hafer anzupflanzen dann hätten wir ja auch ohne probleme schnell zwei grasfelder mit hafer voll und werden immer im vorsprung und was hat ihn glaube ich bewegt denn wirklich jetzt auf erdbrucht zu gehen und auch alles zwiebeln also wird alle wird alle fünf erdfrüchte versuchen wahrscheinlich das ding ist ja auch er hat auch fast alles bei sich schon auf der insel er muss die förder nur kaufen das ist ein bisschen unglücklich für uns ich mein zucker rüben hat er genug wenn er die felder kauft aber ich meine er hat sogar auch karotten fällt und er hat auch ja gut aber die frage ist aber das rechtzeitig kaufen kann bevor da was anderes wächst ja wie schnell wächst es ohne seasons wann wird das denn gemacht und werden in felder ohne seasons neu bestellt weil das eine aus leistung gute frage in der brauche dann diesen allgemeinen europa der alles kann er will nicht den den gibt es doch im shop nicht mehr wenn ich diesen zucker rüben oder weil er kann ja wirklich nur zucker rüben nicht die andere ich sagte auch schon ich glaube das habe ich im stream eben auch jetzt schon erzählt kann hier nochmal wiederholen wenn du den rüben oder brauchst der kostet eine halbe million und den braucher noch mal fünf unterschiedliche schneidwerksaufsätze jeder kostet jeder kostet 80.000 80.000 also 400.000 nochmals zu den rüben hast eine million genau und auch wahnsinnig viel zeit aber wenn er alleine das macht und ihn keiner streitig macht weil ihr habt kein drescher den mädels haben kein drescher wir haben kein roder ihr habt kein roder wir haben kein roder und er kann jetzt ganz alleine schalten und walten dann kommt es ja nicht komplett auf die zeit drauf an so bereich ausheben wir brauchen einen bagger aber ich muss wahrscheinlich mal den weg freimachen rück setzen gute nacht colin dank des eisheit den volkanstecker hat auch schon ein bisschen höher geschaut ja sehr gut also auch mit motiviert weiter gas zu geben unserem team das freut mich geld weiß es ja auch es ist natürlich ein bisschen anstrengender vielleicht bei mir mitzuspielen aber es auch ein bisschen strukturiert da würde ich behaupten es ist mir voll egal hauptsache spielen anstrengend höchstens in dem sinn dass man halt das alles stressig schnell schnell machen müssen und dann letztes mal haben wir schon gewonnen so ja es ist spaß machen und das macht ja auch das ist weil die fußballspiel und spielen ja in der regel auch weil sie spaß am fußball haben und weil sie dann trotzdem natürlich macht es noch mehr spaß wenn man gewinnt das ist einfach so aber spaß macht es ja so oder so auch wenn es stressig und anstrengend ist und man ein bisschen planen muss und ein bisschen sich gedanken machen muss es ist jetzt nicht nur einfach über das feld fahren und und sehne baumeln lassen sondern muss halt auch noch ein bisschen weiter denken aber wie gesagt das macht dem einen spaß und dem anderen nicht und nach dem einen das sind mit zwei drei schaufeln die du brauchst dann kann ich auch mal reingucken was müssen wir noch machen bei diesem job platzgestaltung stadtzentrum so das ist gleich erledigt dass wir den kopf noch ein graben der ausgehoben werden sollen dann brauchen wir eine palette pvc rohre dann sollen wir die platz und reinkaufen gehst du also ich oder machst du kann nicht machen dann brauchen wir noch mal den radlader gleich hier dann habt ihr schon hier ok will uns noch hat leider ist da geheim projekte wetter und sagt was da ging es um sein in eine firma 36.000 wir sind eigentlich auch mit der weisung von euch gibt es nichts gerade letzte folge von mir ich habe auch zwei an wir oder so viel mal zwei ja bestimmt schon wieder locker wir haben auch viel wahrscheinlich unsere firma hat ja auch noch viel weil ich glaube mit geld kann man ja auch nicht anlegen oder sondern macht ja auch keinen sinn noch 180 ja nicht ja der auftrag vorher war nicht so groß da gab es nicht so viel ja du stehst im weg doch jetzt können wir zusammen mal graben ausheben also die graben den graben ich war schon das material geholt das ist gleich platziert werden das pvc rohr und dann muss mit erde verfügt werden ich kann ja schon mal den kran hier draußen aufbauen wo steht denn das material was du bestellt hast wo es die ecke wo es liegt da hinten oder ein was vom platten gefallen kann ich selber auch zurücksetzen und spannende erkenntnisse gewonnen in sachen der vulkanstecke bei holger das ist auf jeden fall spannend auch wieder gerechnet und überlegt wird gut ist nur wenn wir jetzt irgendwelche sachen nächste woche machen die holger nicht auf dem sturm hat dann kann er nicht darauf direkt reagieren also wir können ja auch nicht was soll man machen also im ruhen oder werden uns nicht leisten können unser focus wird daran liegen noch irgendwie noch ein zwei felder zu kaufen oder halt ein großes oder größeres und natürlich haben wir viel silage zu tun weiß nicht ob wir noch mal zeit haben für missionen aber macht auch geld mit silage ja da muss er ja auch er hat ja auch sonst gar keine geldeinnahmen quellen aktuell ist das ziemlich also den letzten beiden streams ist bei holger was geld technisch angeht ganz schön stocken geladen wir waren groß im vorsprung was land anging und dann hat er angefangen mit der saatgut produktion die aktuell sogar still steht noch aber ach da noch anzugreifen und saatgut produktion zu stellen und die auf drei linien gleich zu betreiben das ist halt auch nicht teuer wenn wir wirklich dann eigenes eigenes sachen an ernten die wir da verwenden könnten anders geht es nicht haben wir sonst nicht gehen also so viel kann man nicht einkaufen was wird die felder sind schon das grundkapital deswegen wir brauchen mehr land auch wenn das erst noch mal schulden machen heißt wo wir müssen nach der fünften kuh zurückbezahlt werden und dann werden die kühe auch verdammt teuer ne also holger hat ja praktisch zehn kühe nachher für die neunte kuh muss man ja zum beispiel 270.000 bezahlen umgerechnet man kriegt ja ein bisschen was wieder aber gerade für die teams die ein bisschen hinterher hängen die für dieses nachher geld sägen wenn ich sag mal wir machen vielleicht die siebte kuh oder die fünfte und holger macht die sechste und oder die siebte oder nachher macht der eine die neunte der andere die zehnte bin ja immer noch der meinung dass es absolut dumm war schon hat schnitzel voll zu machen ja es war ein bisschen verschenkt aber ich wollte die erste kuh nicht an das andere team verschenken das wollte jenny schon prinzipien als mordervalkate sicherlich zeit lassen mit den zielen definitiv weil muss er ja bei einigen auch ich meine nicht bei allen aber die silage wird er wahrscheinlich auch noch ein bisschen rauszögern bis einer damit anfängt dann wird er halt sagen okay komm lass uns lieber schnell noch da wird ja keiner mit anfangen und groß was in die mitte bringen aber das ist ein ziel guck mal das sind nachher 30.000 ja aber dadurch muss man halt gucken wegen dem kredit nicht so viele ziele mehr jetzt machen aber es sind halt die 30.000 und unser silo ist auch nicht unbegrenzt das geht auch nicht das macht auch da muss auch ein bisschen daran arbeiten ich kann glaube ich nicht weiter ausliegen scheinbar komplett ausgefahren sind ist ein bagger hier wo könnte die mit dem bagger anhaken ne 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 geht wieder nicht aber oder vielleicht kann ich das ein bisschen schwingen ja schwingt nicht in die richtige richtung obwohl von oben und dann nach oben ja muss ich hier abhaken kann ich dir das oben rein laden vielleicht wie kann ich das drehen noch mit shift eingedrückt haben sollen wir jetzt eigentlich nächstes mal noch stadt gras machen also machen höchstens bei dem feld was ihr gefügt werden muss weil da haben wir ja immer so ein ertrags minus denke ich muss auch noch mal gucken ja also das denn da macht am ehesten sinn es ist ja irgendwie mehr bringt wie gras genau wir können damit ja auch silage machen sie könnte nicht abhaken kann ich nicht abhaken weil das man nicht den abhaken button der nachteil ist halt nur dass man dann wieder einen tag länger warten müssen mit dem wachstum wie viel kostet man so viel mehr ist es nicht also müsste man das ja auch den rechner ist ja mal gucken was sind wir auch gar nicht genau wie viel das sind fünf prozent sind oder zehn prozent ganz schnell gesagt wenn wir alle felder haben können auch in der mitte welche kaufen das stimmt aber so wird kommt man nachher gar nicht weil man ja irgendwann auch echt drüber nachdenken muss schulden naja kommt darauf an wie ich wenn man sagt halt überall das meiste im cv machen aber noch nicht alles dann wird es ja keiner probieren solange das nicht haben genau dann wird es vielleicht schon gehen wobei irgendwann ist auch kreditlimit das kreditlimit ausgereizt also bei drei millionen also bei dem einen hatte holger auch recht weil ich hätte mir die soja tatsächlich behalten soll aber nicht weg wegdämpfen wollen aber ja soja ist zwar nicht so ganz im fokus aber er ist auch nur erste wachstumsstufe also so schlimm macht es glaube ich nicht es ist auch nicht komplett schlimm aber wäre wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt gewesen das zu behalten allein was er dann eher noch mal die frage wäre vielleicht dass man doch irgendwie noch sagen okay wir kaufen die zwei rapsfelder wenn wir noch geld haben wenn die dann erntereif sind das dauert ja auch noch ein bisschen genau ich denke auch dass noch mal raps drauf werden dauert es sind ja keine kleinen felder und bei raps müssen wir aktuell nur jenny beobachten wir sind die einzigen die ein rapsfeld haben aber das sind irgendwie fünf hektar wahrscheinlich oder vier hektar wenn die sehen dass wir auch raps haben vielleicht verkaufen sie uns dann auch ihren raps noch haben wir das gerste nicht von gert und den aber eigentlich wollen sie es verkaufen also so wie ich das gehört habe müssen sie es eigentlich jetzt schon machen also wenn sie jetzt zurückziehen ist bei er sehr fies das rohr noch und dann einmal die nacht gleich wieder wegspülen also auch schon über 20 minuten reich mit erde verfüllen wie war das eigentlich merken gesagt wenn man land kauft darf man nicht mehr verkaufen ja dann gekauft ist auch für wald ja eigentlich für alle flächen glaube ich weil das aber halt verkauft wenn man ihn klappt gemacht dann wird es lohnen nehmen man kann ja auch ganze baumstämme machen theoretisch holz verkaufen sozusagen ja also ein direkt verkauf platzieren ich weiß nicht wie viel geld aus dem wald rauskommt ob sich das nachher lohnt ist das und dann haben wir im letzten und alles 19 ja auch gemacht nachher wurde der der große wald am am hoch wohl nachher fällt aber da hat man das eben überwiegend glaube ich noch zum hafen gefahren und verkauft oder sowas ich meine heuer war immer viel am holz verkaufen aber ich wusste nicht wie viel holz tatsächlich aus dem wald rauskommt an geld aber wie gesagt haben wir im 19er gemacht aber den langen schmal wir haben eigentlich glaube ich alle wälder zu felder gemacht außer dem einen der in der insel ecke ist dann könnt ihr vielleicht mal testen das ist auch dort muss natürlich ein holz vollender kaufen ja theoretisch mit einem starken bauer ja aber mit der motorsäge einfach alles umsägen und auf den trikot tragen du kriegst aber weniger wenn das kein ordentlich ein asteter baum ist ja aber der holz vollender kostet allein schon zu mieten 40.000 oder so ja da dürfen wir nicht mehr mieten musst du ja kaufen achst du ja stimmt ja dann hat sowieso keinen wert also den zu kaufen das werden sie auf keinen fall die 400.000 die man da ausgeben müsste das ist nachher so ein plus minus null ding ne wenn dann halt irgendwie von handisch und alles umsägen direkt verkauf rein und abhält dann noch 1000 100 bitz hin jetzt nicht mehr so wie ist dann eure motivation jungs männer ist noch eine oder feiern feierabend feierabend fertig gebaut wir müssen morgen wieder arbeiten ich nicht naja gut ich arbeite zu hause stehe auch um was weiß ich vierte vor sieben auf kinder raus stellen die raus modding und dann vielleicht noch ein bisschen dachboden bauen gut dann würde ich sagen aber feierabend gerd schaufelt hier noch ein ganz bisschen was von daher aber erstmal fürs reinschalten die leute stream technisch wahrscheinlich donnerstag abend wieder chelli glaube ich habe noch keine motivation aktuell so ein ladies stream die arbeitet eher muss ein bisschen minus stunden wieder aufrollen und macht dementsprechend home office meistens abends noch und in anderen projekten mal gucken gut gut schönen abend noch vielen dank bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020